So, jetzt gibt's noch Röntfleisch. Unser kleiner Clown hat gemein, das wäre Mantelfleisch. Aber die Ästchen haben wir heute noch nicht gesehen. Jetzt gibt's noch Reis. Ich fähle ein bisschen danach mit. Es geht Reis. Einen Klebe? Ja. Schäfer ist aber am besten. Nehmen wir mal noch einen Teller. Schäfer ist aber am besten.